ja leute was geht und willkommen zurück zu der last of us leute ja hier stehen geblieben 1 stufe 2 geil nice was ist das eine rauchbombe ja das ist geil das ist geil ich sehe noch was ich bin ja auch hier ist noch was drinnen ja guck mich ja ist ja ja Was ist das? Nein, es ist so gut. Es ist nicht ein Blast, ey. Ich muss mich noch überfahren. Es ist ein Bein. Wo bist du denn? Es ist nicht ein Blast, ey. Es ist nicht ein Blast, ey. Es ist kein Bein. Nein, es ist ein Blast. Hey, ich habe so viele Sachen. Das ist aber geil. Was? Geil mit IQs Verbesserung. Ja. Ja, okay. Äh, Alter. Oh, mehr Wettpunkt. Ja, geil. Und dann haben wir 30, 40,2, Lauschmodus Distanz. Helltempo wären vielleicht geil. So. Und. So. 61 haben wir Punkt. Schussfolge. Wer mag die die Waffe schneller abzufeuern? Oh. Das wäre nice, ne? Und der Revolver nachher an dem Tempo wäre auch nicht so eine Scheiss-Szena. Und da wird das. Jo. Gut. Ich glaube nicht, dass die infiziert waren. Äh, da. Mir egal. Wir müssen weiter. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie. Alter. Und dann müssen wir auf die Suche nach Tommy. Ich bin hier. Wie wäre es, wenn ich vorgehe. Und dann nicht so laut. Okay. Alter. Geht aus. Mache. Ich bin hier. Oh. Noch was, womit du mit deinem Schatz nicht machst. Oh, das ist Wahnsinn! So, jetzt haben wir gekennbar für die nächste Zeit. Hoffen wir, dass es so lange hält. Was war hier los? Waren das Jäger? Wow. Was war das? Ich weiß nicht. Halley, Deckung! Ah! Halley, runter! Du hast deinen ganzen Schwaben. Du hast nichts getroffen. Ich trifft dich gleich. Mach ich nur zwei Schüsse. Du wirst ja nicht sauer. Wenn die Nachhilfe drauf ist, sind wir da. Es ist nur drei Stücke. Du lass mich in Ruhe. Wo bin sie denn? Die sollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmühle. Völlig besser. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Was ist das? Hey, sei vorsichtig, okay? Mann! 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 Du bist tot, Arschloch! Du bist tot, Arschloch! Das war verdammt knapp! Ähm, ja! Scheiße, der Revolver, man! Kaum noch Muni! Das ist aber scheiße! Ah, meine Fresse! Schrofflinde auch! Ah, nee! Gut! Bleib mir weiter! Zur Brücke ist es noch weit! Wir schaffen das! Wow, wie seltsam! Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten! So sehen die meisten Zonen aus! Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen! Oh, oh, oh! Ich erinnere mich an die Stelle! Das ist eine meiner nicht gelbten Stellen! Ach, ich hasse die! Ich hatte das erste Mal gespielt, aber da hatte ich es! Ich hatte es fast 2 Stunden! Ich hatte es! Boah, Alter! Ja, ja, genau diese Stelle! Sei einfach leise, solange wir noch hier sind! Ei, ei! Ei, caramba! Wer ist das? Und jetzt? Hey Schwachkopf! Komm her! Oh mein Gott! Arsche! Tiger! Ich hasse diese Stelle! Ich sag's euch! Und jetzt im Haus geht's noch mal richtig ab und ich hab keine Munition, das fackt mich noch mehr ab. Ja, war schein in Ihlne. Ah, ich sag mit dem Schein ziaggeber. Ah, okay! Zwei habe ich schon mal weg genutzt. Und jetzt nachher. Eieieiei. Hallo, hallo? Hier oben ist nichts. Ah, ist oben. Ja, läuft. Du scheisse. Die Frage machen wir zuerst oben, alles klar, und dann gehen wir nach unten. Elli, Elli. Mann, Elli. Die stehen ja noch dort. Ja, lol. Alter Scheisse. Das ist nehm. Die sind wir hier. Das ist nur noch mal. Ah, der kann mich auch verbessern. Das zeig ich dir dann gleich. Oh mein Gott! Das hättest du dir vorher überlegen können. Da musst du vorher kommen, Kumpel. Und nicht erst jetzt. Hey, Caramba. Was? Jetzt weißt du, wo wir sind? Da... Ah, die sind da. Ah, okay, okay. Das ist doch scheiße, Mann. Ja, die sind wirklich alle nur nach oben. Irgendwie nicht das Gefühl, aber... Hä? Ja, nee. Was war das? So, jetzt vom größten... Den... Den... den Kopf weg. Yo. Das war mein Plan, dass alle runterkommen. Das war mein Plan. Hehehe. Aber ich weiß nicht, dass alle runterkommen. Das war mein Plan. 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 Dort links! Heilige Scheiße! Was ist los? Das war mein Plan. Darf ich auch? Hallo? Hier! ner! Das war mein Plan. Her! Oh! Karamba, Junge! Moment, der kommt sicher. Der kommt sicher. Der kommt sicher von da. Jetzt muss... sagen... was du willst. Hallo! Den nehme ich jetzt von dieser Zeit nachher. ja wohl scheunig junge wo ja meine hier frisst das mal das waren doch noch nicht alle sonst fiel ich so geil drauf und hier bin ich bin sicher fast zehnmal für echt mal nein nein das war noch nicht alles warte warte 1,2 sind nur noch zwei stück da oben 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 6 1 8 9 9 10 10 11 11 15 15 15 ja jetzt warte dort ja 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 ich war ein mehr das geht hier ab ja was der lebt noch akkommon Okay, das hört jetzt verdammt krass ab, aber wir haben es geschafft, ne? Du liest also gern, hm? So, wenn ich nicht vorhanden und infizierten weglaufe, dann lebe ich ja. Oh ja. So. Ah, das ist wirklich schon... Ach, das ist alles da. Ey, gibt es wirklich nicht. Ich brauche Munition, man. Hallo. Ja, eine Flasche, was soll ich mit einer Flasche, also? Ja, gut. Das war wirklich alles, ne? Super. Und jetzt werden wir neue Munition hätten. Yo. Es ist doch verrückt, will Daten aufgehängt. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast andere. Ey, ey, ey. Die Leute, die verbeziert sind, sind das Video jetzt auch nicht? Ich glaube schon. Pass gut auf, wenn du springst. Ey, das ist... Eli? Ah, da. Ja, nee. Ist klar. Noch mehr. So schnell der Banker. Okay. Anwärts. Okay. Die haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Wenn du mir rauf gehst, kann ich das dritte wegen. Okay. Dann geh ich los. Gib mir vorher zurück. Ich geh mal kurz. Was war das denn gerade? Steig auf, wir gehen durch den Hotel Um, okay Gut, und wie komme ich rein? Ah Ja, guten Tag, ne? Okay, aber wir schauen jetzt noch kurz, was es hier noch so gibt Da kommen wir gar nicht weiter hoch, das ist jetzt die Frage, ne? Doch Was noch? Ne, das ist da eine Station, gut Oh, wie das stinkt Ja, verbautes Holz Börst du früher auch den Kaffee? Oh ja, an Dauer Und was hast du bestellt? Nur, nur Kaffee Glaubst du die Hunter sind weg? Das werden wir sehen Alles klar, Ellie, komm runter Wow, edel War das einfach für dich? Nein, 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 das war viel zu teuer Mal schauen, was gibt's hier noch? Das ist so hoch Nein, das ist so hoch Mal sehen, was wir finden Ja, die Leute Ja, das wären vielleicht für dich Ja, Leute, aber vielleicht für dich Gell, ne? Ne Ja, komm, wir Ich würde jetzt nicht hier rübspringen können, halt. Ja, okay, Leiter. Hallo. Ah, da. Perfekt. Perfekt, Leute. Und jetzt doch. Vorsichtig. Ei, 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 ei. Okay, Moment. Ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Das war sowas von klar. Ich wusste es. Und ich habe sonst fast keine Money mehr. Ja, fast. Das ist gut gesagt. Ich wusste es. 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 Also. Und ich wusste es. Und ich wusste es. Scheiße. Hey Mann! Mach jetzt keinen Scheiß! Ja doch! Wer gefällt? Zwei strecks sind dort. Ein und zwei. Der soll nur kommen. Was machst du denn? 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 Ja geil! Scheiße! Scheiße! Okay! Wir machen das! Auf mir! Wir müssen noch keinen Schuss erfüllen. Das ist gut! Ei Scheiße! Ich sag nicht, da kommst du hier hin! Ich sag nicht! Ich sag nicht! Was machst du denn? Ich sag nicht! Ich sag nicht! Ich sag nicht! Ich sag nicht! Oh Mann! dort ist noch ein das ist der einzige noch nicht das gefühlt wenn ich ehrlich bin ja lol das ist der einzige noch yo das ist das rum Oh mein Gott! mir gibt es wirklich nichts zum looten ja voll nice das kann ja nicht sein dass das schon die letzten waren die neuesten sauberan doch eine legt mich doch Das ist klar, das ist klar, das ist ja so. die ich noch nie gesehen habe, ich habe es auch noch nie hingekriegt gut, komm, endlich weg noch zwei Stückchen wo dann bis jetzt dann bis jetzt hier rechts ja ja, ich werde das genau gehen oh, die sind beide dort drin, ja, leid, nice, ne ok, hey, hey, wir können das doch regeln ja, ja, können wir regeln genau so oh, die ist dort gut gut oh, komm mal, die ist so, die closed das herz rät dann frissen besser ja, ok da bin ich wirklich nicht zum blünden, ist das wirklich wahr ja, das geht noch weiter hoch ja, wie ja, wie macht mit der nächsten Folge weiter, ne wenn es euch gefallen hat Daumen hoch lasst mir ein Abo da und sonst, bis zum nächsten Mal Ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal